Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen und irgendwie läuft heute gar keine WM und jetzt bin ich völlig überfordert, was ich machen soll. Dachte ich mir, dreh doch mal ein Video. Das ist eigentlich mein erstes richtiges Video und deswegen stelle ich einfach mal die Neuheiten vor, die ich mir im letzten Monat so gegönnt habe. Ja, anfangen kann man mit Computerspielen, habe ich leider nichts physisches da. Das war ein Steam Sale, der vor ein paar Tagen war. Da habe ich mir ein paar Adventures geholt, die Chaos of Deponia Trilogie. Dazu noch ein paar alte Klassiker wie Shadow Warrior und Duke Nukem. Und ja, die spielen sich genauso gut wie damals. Also macht richtig Spaß. Ein bisschen höher aufgelöst das Ganze und Wahnsinn wieder mit dem Duke da rumzustreifen und auf Alienjagd zu gehen. Ja, ansonsten habe ich mir einige T-Shirts gegönnt. Eins habe ich sogar schon an, kann man es erkennen. Das ist der Millennium Falke von Star Wars. Und dann ein zweites T-Shirt. Buy one data, get two Riker free. Von der Fatcon ein Insider. Dann, ach, ein Penny-Shirt. Big Bang Theory, ganz großer Fan. Damit ich für X-Men Zukunft in der Vergangenheit ein T-Shirt habe, Wolverine. Auch eine Godzilla-Neuverfilmung kam ja ins Kino. Also musste ich natürlich im originalgetreuen Godzilla-Shirt auftauchen. Tja, dann sind es ein paar Bücher geworden. Unter anderem Geek, Prey, Love. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich kenne das erste Buch von denen. Das war ganz lustig. Es verarscht ein bisschen diese ganzen Selbsthilfe-Ratgeber. Ich denke, das wird auch so ähnlich sein. Und keine Schnulze wie das Originalbuch. Wobei ich das auch nicht kenne. Mal schauen. Und dann wurde mir noch The Fault in Our Stars empfohlen. Das ist ja jetzt auch verfilmt worden. Deswegen habe ich es auch gekauft. Ich finde es absolut großartig. Es liest sich so schnell und so gut. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist so lustig. Der Autor ist einfach so genial. Er hat einen super Wortwitz. Obwohl es eine dramatische Geschichte ist, macht es einfach super viel Spaß, das zu lesen. Weil es einfach so wahrhaftig ist und so witzig. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, das zu lesen. Es behandelt auch viel mehr noch als der Film. Den habe ich dann auch gesehen. Lässt ein paar Sachen weg. Aber auch absolut super Film. Aber das Buch ist noch besser. Lesen. Ja, ein paar Comics sind es auch noch geworden. Zum einen habe ich jetzt hier mit angefangen. The Walking Dead. Das ist jetzt schon Band 2. Den ersten habe ich schon gelesen. Ich liebe die Serie total. War auch schon auf einer Convention. Habe ein paar Schauspieler getroffen. Und jetzt dachte ich mir, muss ich auch mit den Comics anfangen. Und überraschenderweise hier nach dem ersten Band passiert schon was, was in der Serie in der zweiten Staffel erst passiert. Also es ist durchaus anders. Es ist nicht einfach nur eins zu eins in die Serie übertragen worden. Ich kann es gar nicht mehr weglegen. Super. Ja, meine Lieblingsfernsehserie geht auch weiter. Und zwar Buffy. Inzwischen in der zehnten Season. Alle Charaktere noch dabei. Gefällt mir super. Und auch die Spin-Off-Serie wurde weitergeführt. Das ist Angel inzwischen mit Faith zusammen. Also die beiden sind jetzt Aufhänger dieser Serie. Ist auch schon als Spin-Off zu Season 10 zu sehen. Gefällt mir sogar besser noch als Buffy. Super geschrieben. Sonst noch neu. Eine weitere Serie, die als Comic fortgeführt wurde. Smallville. Inzwischen in der Lantern Edition. Geht ein bisschen Richtung Green Lantern. Finde ich super. Diesen ganzen Trend. Dann kriegt man auch endlich mal von seinen Lieblingscharakteren weiter was mit. Und muss nicht einfach Abschied nehmen. Sondern kann die Geschichten von denen weiterverfolgen. In Comic-Form. Super Idee. Und Batman, Superman. Ich mag Batman. Ich mag Superman. Die Einzelreihen sind jetzt nur nicht mein Ding. Aber wenn die beiden zusammen was rausbringen. Einfach super. So, was haben wir noch? Ja, ich mag Lego sehr gerne. Vor ein paar Jahren wiederentdeckt. Als Kind war ich schon ein riesengroßer Fan. Dann verliert man es natürlich in der Teenager Zeit aus den Augen. Und inzwischen bin ich aber wieder voll dabei. Man kann vielleicht auch den Todesstern da hinten sehen. Diese Architecture Reihe mag ich sehr gerne. Die ganzen Landmarks, die da gemacht werden. Da habe ich schon den Eiffelturm und so weiter. Und jetzt habe ich mir Big Ben gegönnt. Was haben wir noch? Eine Figur. Lara Koft. Tomb Raider. Ist die Lara Koft von dem neuesten Tomb Raider. Was also dieses Reboot war. Superspiel. Diese ganze Atmosphäre perfekt. Lara gefällt mir am besten von allen Laras bisher. Und da wollte ich einfach auch was dazu haben. Und jetzt kommt der größte Teil. Mein monatlicher Saturn-Einkauf. Da gehe ich wirklich fast regelmäßig einmal im Monat hin und lasse mein Gehalt da. Was habe ich mir dieses Mal gegönnt an Behaving Badly. Ich weiß nur nicht, was ich davon erwarten soll. Eigentlich nicht so viel. Könnte auch ein Fehlgriff sein. Aber ich wollte so eine leichte Komödie. Habe letztens erst die To-Do-List gesehen. Und da dachte ich mir, da könnte es vielleicht so ähnlich sein. Außerdem spielt Selena Gomez mit. Dann Cold War. Ein asiatischer Thriller. Cop-Thriller. Ich mag sehr gerne asiatische Filme. Die sind einfach immer super inszeniert. Total spannend. Sind auch anders als die ganzen Hollywood-Filme. Da kriegt man nicht immer dasselbe serviert. Und den kenne ich auch noch nicht. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, dann überrasch mich das selber ein. Eigentlich bin ich nicht der größte Fan von deutschen Filmen. Aber hierzu habe ich jetzt den Trailer des zweiten Teils, der jetzt bald im Kino läuft, gesehen. Und das sah ganz interessant aus. Auch wenn es Fantasy of Deutschland ist, bin ich echt skeptisch. Aber die Hauptdarstellung wirkt nett. Und die Geschichte scheint auch ganz interessant zu sein. Ich probiere es einfach mal aus. Ja, und dann kommen wir zu etwas. Eigentlich war ich bisher mit dieser Reihe noch nicht so warm geworden. Das hat einfach zu viel von Buffy und so weiter abgekupfert. Buffy ist einfach das zehnmal Bessere. Aber ich habe mir jetzt doch mal, weil die alle nur fünf Euro gekostet haben, die ganze Reihe gegönnt. Und zwar ist das Twilight. Der erste Teil. Zweite Teil. Der dritte Teil. Die Geldmacher vierten Teile. Weil man muss ja heutzutage die Filme splitten. Tja, ich bin mal gespannt. Die ersten Teile kenne ich schon. Ich bin sehr gespannt, wirklich, ob ich jetzt damit warm werde. Das fühlte sich immer so mega gerusht an. Irgendwie, vielleicht weil das bei Buffy alles sich jahrelang entwickelt hat. Und auch bei Vampire, da ist doch die Geschichte zwischen Mensch und Vampir so lang und hier. Alles innerhalb von einem Film. Es ist die übergroße, unsterbliche Liebe. Weiß ich nicht, aber ich hoffe, es wird besser. Ja, dann habe ich einfach nur durch Internetrezeption gelesen. Liebe mich, wenn du dich trausten. Das ist ein französischer Film. Der soll richtig schön sein. Ich bin sehr gespannt. Das Cover gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Dann fangen wir mit meinen Guilty Pleasures an. Das ist ein Disney-Film, sage ich mal so. Zumindest in der Art wie Disney-Filme mit Celia de Gomez. Cinderella Story. Ist einfach so, wenn man sich mal schlecht fühlt, dann tue ich die rein und dann geht es mir direkt besser. Soll auch ein Klassiker sein. Princess Bride, die Braut des Prinzen. Ich kenne ihn noch nicht. Sehr gespannt. Ist, glaube ich, aus den 90ern oder Ende der 80er. Ich weiß nicht, was ich dann mit den Kostümen da anfangen soll, aber mal schauen. Ja, der ist auch schon lange draußen. Habe ich aber irgendwie nie geguckt und soll auch nicht so toll sein. Aber, hallo, hier spielt Kristen Bell mit Veronica Mars. Boost Design. Ja, und das größte Guilty Pleasure ist dann mit dir an meiner Seite, Miley Cyrus. Ich habe den schon im Kino gesehen. Da fand ich ihn überhaupt nicht gut. Aber ich dachte mir jetzt, im Original heißt er ja The Last Song. Der Titel ist eigentlich so schön und Nicholas Sparks Verfilmungen sind eigentlich auch immer toll. Ich probiere es nochmal und gucke ihn auf Englisch. Vielleicht ist er dann ein bisschen besser. Vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, das war es eigentlich schon. Was heißt schon? Es war schon genug Geld, glaube ich, für einen Monat. So sieht das aber eigentlich meistens aus. Jetzt versuche ich die Sache mal ins Regal einzuräumen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.